Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tu-Wi-Tu mit MCC-Hol am Start. Hallo. Moin. Und wir spielen wieder nochmal gegen Geiger und Eaton. Ja, letztes Mal war asozial. Jetzt muss nachgetreten werden. Okay. Was sagst du zum Windturbinen-Setup? Ja. Da bin ich also sehr unschlüssig, was das werden soll. Ey, da habe ich immerhin 100% da oben. Oh mein Gott, das ist ja... Ähm, was? Das werden Jungs. Von den Gegnern? Ja. Schau mal hin. Oh, no. Aber der hat doch da oben den Slot. Warum baut er die denn da rein? Hä? Hä? Ich packe es nicht. Was macht der denn? Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich auch nochmal die zweite Tech holen, glaube ich. Für Flux. Also, pinke Tech, sonst... Also, ohne pinke Tech überleben wir das nicht nur. Aber nee, da kommt Mine. Hä? Ja. What da? Ich glaube... Ich glaube, der ist einfach nur zu... Zu faul zum Backtub. Ich würde für Laser gehen. Ja. Okay. Aber na sicher. Aber na sicher. Heust the Colors. Warte, ist hier... Steht das auf der oder auf der? Unten expanded relativ early. Ist aber auch eaten, ne? Oder? Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube, Geiger ist schon ein gutes Stück besser geworden mittlerweile. Schon wieder eaten gegenüber, Mann. Ich will doch nicht mehr. Ja. Was? Letztes Mal nicht gut geschlagen. Ich hole mir auch mal so ein Bissgerät. Ich glaube, dass das Geiger ist. Da kommt immer auf Top-Place. Das ist doch nicht Geiger. Top-Place, oder? Ach, das sieht komisch aus. Auf jeden Fall. Jetzt hat er einen Anfall. Sowas exotisch. Geiger-Final. Schlaganfall. Die Rente hat ihn eingeholt. Die Rente hat ihn eingeholt. Frage. Die Rente ist einfach offen von unten. Hoppala. Ich baue mal so was ganz Cheekiges. Ja, was denn? Ein Sniper. Sniper? Aber da unten hin. Also das würde ich schon mitnehmen. Ja. Richtig und richtig. Nein, der Sandstag. Ja, aber das muss doch eaten sein. Kommt da leider nicht rein. Ja, was ist denn mit Geiger los? Do it's. Do it's. Do it's. Ja. Ja. Jetzt einmal alt F4, ne? Und das Spiel gehört uns, ne? Schade. Ja, ich habe aber komplett alles weggeflotet ansonsten. Ja, wie schlimm. Kommt, boah. Da kommt gerade was auf mich. Oh mein Gott. Von Bottom Base. Ich verliere leider alle Windturbinen. Und die Berechtigung zu leben. I guess. Ich weiß. Eieiei. Sogar die Berechtigung zum Leben entzittert ihr. Was ein grausamer. Was ein grausamer Mann. Jetzt mache ich auch nur noch Schmarrn hier gerade. Äh, das ist aber nicht gut. Du musst mich doch carryen. Äh, ja. Die Berechtigungshaltung sind groß, ne? Mhm. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu sehr pushen, aber, ne? Mhm. Nächste FPL, das machst du. Mhm. Ja, ja. Wieso spielst du eigentlich nicht FPL, hä? Äh, weil ich erstmal FPL spielen müsste, nur. Ach, Quatsch. Das sind bestimmt ein paar Slots frei. Ja, gut. Da ist eine andere. Ja, weil... Also ich hab ein Pfeilbeam für Cover von Howie. Aber du hast... Ah doch, du hast einen Howie, okay. Ja, aber der ist noch nicht ready. Logischerweise. Alles wird von mir erwartet, hä? Mhm. Ah, Schild ist grad online gekommen. Ja, oh mein Gott. Die machen... Die machen den. Was machen die? Die wissen, was kommt, Chef. Die wissen, dass da eine Howie kommt. Das ist aber nicht gut. Ja, das war ja nun obvious no. Letztes Mal nicht. Die würden jetzt böse... Böse Kritiker werden. Mhm. Das wird wehtun. Oh! Lul. Äh, äh. Äh. Okay, ich muss den jetzt... Jetzt auseinandernehmen. Mach das. So, jetzt, jetzt. Komm, komm, komm. Schön als Ding. Nee, nicht schön genug. Das ist zu schief. Goddammit. Ach, Mann. Da hätte ich mehr draus machen müssen. Oh, oh. Ja, egal. Oh. Da kommt mit Penny. Autsch. All good. Ja, all good, man. Da nicht so gut. Oh, 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 oh. Die hat geschallert. Ah, ich hasse diese, ich hasse diese hässlichen Fords, die so gebaut sind wie dieses Ford. Ja, Red muss jetzt sein. Nee, ich hab Scheiße gespielt. Sorry, my bad. Absolutely my bad. Das ist nicht meine Map. Ja, egal. Beziehungsweise auch Wingman, wo du oben bist. Ich krieg das noch. Ich krieg das noch. Vertrau. Okay, okay. Ja, gut. Kreiswege to Howie. Oh, 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 oh. Ja, er kriegt's nicht. Ach, Mann, ey. Ich wollt wenigstens als, als Anti-Air-Useful sein. Aber selbst das hab ich nicht geschafft. Ja, das ist jetzt, glaub ich, GG. Ich krieg das vielleicht nicht. Ja, hängen wir noch ein zweites ran, würde ich sagen. Oh, oh, lol. Wunderschön. Er war doch Geiger. Ja, ja. Tja, war Geiger unten. Geiger war unten. Mann. Ja. Okay, GG. Bis gleich. Mann, ich hätt den so Hops nehmen müssen. So, möchtest du Meat Shield spielen, oder? Nee, egal. Wie du möchtest. Okay, dann probier ich mich mal an Meat Shield. Okay. Ich würde Laser diesmal aber wirklich gehen. Wie? Du willst Laser? Ja. Hey, ja. No? Kann man machen. Doch, doch. Kann man machen. Damit rechnen die nicht. Damit rechnen die definitiv. Ja, stimmt. Gut, weil Top-Base eigentlich immer Haui geht, ne? Ja, ja. Alles gut. Das sind Warzenschwein. Das wird anstrengend. Das wird nicht anstrengend. Das wird tödlich. Das könnte die zweite Abreibe werden. Naja, gut. Schauen wir mal. Was wird? Ja, Wozirk ist so eine Sache, ne? So rum. So rum. Oh, mein Gehirn, Alter. War vielleicht ein bisschen sehr schief. Nein, wird schon schief gehen. Ha! Meine Fresse. Meine letzten drei Gehirnzellen versuchen hier irgendwas aufs Spielfeld zu bringen. Drei? So viele hast du noch? Ich glaube, ich hoffe. Also, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, waren es noch vier. Mein Gehirnzellensystem ist binär. Gehirnzellensystem. Ja, Top Base. Könnte Ethan sein. Ja. Der baut immer diese... Geiger würde sowas Unnötiges nicht machen. Diese komische Strebe da rein. Ja. Er hat ein relativ interessantes Setup gehabt für Laser auf Stalaktiten. Und zwar hat er das vor die Minen geklatscht. Feuer Plasma. Muss ich sagen, fand ich wirklich sehr interessant. Und das sieht so aus, als würde er genau das gleiche nochmal machen. Also, er erwartet, dass... Er erwartet, meine Fresse. Ich kann nicht mehr reden. Dass ich das hier... Oh Gott. Ich lasse es einfach. Ist okay. Nö. Ich rede jetzt nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Danke. Nein. Er erwartet, dass wir hier Howie spielen. So. Ja, aber das machen wir nicht. Aber das machen wir nicht. Aber ich tue mal so, als würde ich es machen. Äh, ich glaube... Ich glaube nicht, dass sie das merken. Ich meine, Eden wird sich natürlich auch wunderbar gegen die EMP später verteidigen können. Aber... Ey, das sieht mir eher nach Rockets als nach Laser aus. Nee, das sind Laser. Trust. Für Rockets ist das zu klein. Safe. Viel zu klein. Bro, das ist nicht zu klein. Are you sure about that? Für Shotguns ja, aber für Rockets glaube ich nicht. Okay, crazy. Na, cool. Dann... Ey, weil das ist zu klein. Da kommen Laser rein. Hundertprozentig. Ja, warum kommen hundertprozentig Laser rein? Sag ich ja. Hundertprozentig. Ähm, warte mal. Sind das Twenties? Top Base? Ja, der macht Twenties. Nein, das sind Laser-Trusten. Oh, der macht Twenties. Was? Bei mir wird gerade angezeigt, dass Bottom Twenties geplaced hat. Bei mir Top Base wurde gerade ein Plasma platziert. Oh man, durch die Mod ist das verbuggt. Mein Gott, ich habe eine Batterie vergessen. Ähm, nee. Der hat tatsächlich eine Twenties geplaced. Also ich bin jetzt leider ein bisschen delayed, weil ich das mit der Batterie so ein bisschen gegrüft habe. Aber... Ja, alles gut. Du schaffst das schon. Plasma von ihm ist delayed. Welcher Plasma? Der hat kein Plasma. Der hat ein Plasma geplaced. Ich habe es doch bei Spion gesehen. Ich habe dir doch gesagt, dass er da... Bro, in dem Moment hat er das unten geplaced. Ich sehe das, was er oben macht. Du siehst das, was er unten macht. Ja. Aber ich bin doch auf Top Base eingestellt. Ja, ich bin auf Bottom Base eingestellt. Da passt doch keine Zwanziger rein. Okay. Du wirst es eine böse Überraschung erleben, ne? Überleben. Hoffentlich, ja. Ja, das auch. Ja, Twenties war ja noch... Gut, ne? Also... Die... Sie... Sehe ich noch nicht so ganz als Bedrohung an. Ja, ich verstehe das mit den Twenties auch nicht, aber manche Leute strugglen da wirklich hart mit. Okay, hier wollte er gerade nicht. Das sind wirklich Twenties. Kann das sein? Natürlich sind das Twenties. Das sind einfach Twenties. Oh, er schießt mir das Schild weg. Ich raste aus. Ups. Was ist ein Schwein Twenties? Na gut. Nun, die sind jetzt weg. Ja, sehr gut. Sind halt auch günstig und stuff. Aber sind erstmal weg. So, Flieg, Flieg und Sieg, Flieg und Sieg. Na, Digga, ich... Sorry, keine Ahnung, was ich heute mache. Alles gut. Das ist wirklich höchst unseriös. Seriös, ja. Ja, sowieso. Oh, ich könnte jetzt Wachen verlieren. Hat zwei Hits. Ganz entspannt. Das Mal ist still alive. Bodom ist nicht mehr alive. Das ist nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da dachte sich Holz, das brauche ich nicht. Wir machen die. Hat der nicht nachgebaut, oder was? Nee, der hat alles aus Holz gehabt. Und dann kamen zwei Bastos rein. Weißt du? Oh, that's nice. Jetzt. Jetzt hat er mal verpasst drüber zu... Geh mal einfach rauf. Was ist das denn? Ja, GG. That's easy. GG, easy. GG, easy. Ich bin weggeklamm. Alter, da ist Ethan zusammengefallen. Na, Ethan war nicht top, oder? Äh, Bod, meine ich. Doch, da war Bodom. Ach, da war... Da sind einfach Kreisjägereien. Ich denke... Ja, da hat er nicht mitgerechnet. Da passt ein 20 hier rein. Was hast du eigentlich mit dem sein Trenys gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, die waren Single, du. Hat der Feuerplausst mal rein und dann waren sie weg. Nicht Geigerstrad. Da habe ich irgendwie so das Gefühl. Da war ja so lang... Waren die Pins schon wieder? Nee, die waren schon... Ach, mein Gott. Nee, nee, Gott. Bro, du... Ja, war ein... Ja, war ein... Aber auch schön, dass man weiß, dass das verpackt ist. Mit Select Forward to Start. Schon wild, ne? Ja, ja, ja. Nein, da kommt Plasma-Laser! Nein, da kommt eine 20 mit! Äh, nein, nein. Da kommt eine 20 mit! Ich habe das nicht als so groß identifiziert. Naja, whatever. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Runde 2v2 gegen die Legende Eton zusammen mit der anderen Legende MCC. Und ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Tschüss. Ich habe gesagt, Runde 4-3.